Und hier kommen Sie, meine Damen und Herren, es ist soweit, der 17. Faschungsumzug der Damische Ritter, angeführt von der geselligen Vereinigung der Turmfalken mit ihrem Oberfalke Michael Blauzohn. Hier kommen Sie auf dem Marieplatz, die Damische Ritter! Wir sehen die Vorhut der neuen Ritterslein in ihren lustigen Verkleidungen. Jeder hat ein individuelles Kostüm, jeder hat hier etwas anderes an. Entsprechend für seinen Ritterbeinamen ist auch das Kostüm und der Helm gestaltet. Und das ist hier angeführt, der große Faschungszug, der heute durch die Münchner Innenstadt geht. Und bei dem Wetter, was will man sonst anders machen? Kann das schöner sein? Nein, wir sind hier und wollen gemeinsam mit den Damischen Rittern und den vielen Vereinen von nah und fern den 40 Teilnehmern an diesem Zug feiern. Und die Gäste kommen natürlich auch nicht zu kurz. Es wird geschmissen, was da ist, Teuge. Es gibt viel Süßes, es gibt viel Buntes. Das ist der Faschungsgewöhnchen, meine Damen und Herren. Und er fährt ein der großen Wagen der Damischen Rittern. Es gibt etwas Besonderes, er hat eine ganz besondere Pracht. Auf dem Wagen der Damischen Rittern sehen Sie dann das Oberhaupt, den Herzog Casimir, der dort seine Ritterschar anführt. Top 3 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und da ist der große Ritterwagen, er ist ein auf dem Berlinplatz, liebe damische Ritter, herzlich willkommen! Wir sagen ein herzliches Dankeschön, dass ihr diesen neuen Umzug für unsere Stadt wieder organisiert. Dankeschön! Und oben drauf auf den Wagen, da sehen wir ihn, den Herzog Asimir. Und wir begrüßen ihn, die es bei den Darmstiloren der Brau ist, mit 3, 4, 5, 1, 2, 1... Vielen Dank. 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 Und es geht weiter auf dem Marienplatz, die nächste Gruppendress war, meine Damen und Herren, über 40 Teilnehmer bei diesem Großmumschung, das ist der Pasche hier in München. Schwanegger, das ist der Pasche. Schwanegger, das ist der Pasche. Hier, das ist der Pasche. 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 Das ist Das ist der Pasche. Das ist der Pasche. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr schaut wunderbar aus. Das ist echte Münchner Tradition. Danke, liebe Bettina. Schön, dass ihr da seid! Und es geht bunt weiter hier auf dem Marienplatz. Eine Institution, ohne die gäbe es doch keine Münchner Fasching. Am Faschingsdienstag, das Highlight zum grönenden Anschluss in München. Wir grüßen die tanzenden Markweiber von Viktoriemark! Herzlich Willkommen! Schön, dass ihr da seid! Unter der Leitung von unserer Christel Lange und natürlich mit dem besten Kanzlerin, den die Markweiber zu bieten haben. Herzlich Willkommen, Christian Lange! Und wer mehr von den Markweiber sehen will, der kann sie natürlich am unsinnigen Donnerstag auf der Bühne auf Marienplatz sowie am Faschingsdienstag sehen. Dort sehen wir wieder das volle Programm. Nicht nur die Linie an, sondern die Markweiber zeigen, was sie alles drauf haben. Jungs und Mädels, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid! Und der nächste Verein ist schon hier auf dem Marienplatz angekommen. Wir sagen ein herzliches Grüß Gott an die Münchner Faschisgesellschaft Narhalla! Und jetzt grüßen wir natürlich auch mit einem dreifach kräftigen Narh! 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 Jawoll! Und angeführt wird die Narhalla natürlich von der Vereinstandarte, die durch das Tanzenefahnenregiment immer wieder gut geführt und bewacht wird. Und dann kommen sie, unsere Vertreter unserer Kinder- und Jugendgarde. Schön, dass ihr mit dabei seid! Und natürlich die Großen, die Prinzengarde! Das ist Tanzsport in Höchstleistung! Schön, dass ihr alle da seid! Und jetzt folgt natürlich das dritte Paar-Auto, denn wie nach Hannemünchen... Wir grüßen die fleißigen Elferinnen und Elfer! Wir sagen Dankeschön an alle im Hintergrund, an das Bayerische Rote Kreuz! Wir passen auf auf die, die nicht auf sich aufpassen! Wir sagen Danke für alle Sicherheitskräfte! Und natürlich Danke an die Münchner Polizei! Die Münchner Polizei, ein teuer Begleiter des Faschids! Vielen Dank! Das ist das 5. Radhaus! Soll ans Kommunalreformat! Und hier kommt der große Wettbewerb in der Wettbewerb, die nach Haller München! Jetzt ist die Wettbewerb, die nach Haller München! Wir grüßen hier auf dem Marienplatz Prinz Frederik den Ersten! Und ihre Lieblichkeit Prinzessin Katharina die Erste! Wir sagen ein herzliches Grüß Gott an das Jugendprinzenpaar! Und hier sehen wir die Aufmerksamkeit! Und ein herzliches Grüß Gott an die Kommunalreferente Christina Frank! Ja, das wird ein süßer Nachmittag! Ich kann es euch gar nicht sagen! So viel Zucker hier oben! Das ist der Fasching hier in München! Und es geht weiter auf dem Marienplatz! Da kommt auch ein Funterwagen! Wir begrüßen an dieser Stelle ganz ganz herzlich die Katastfaktion der CSU mit freien Wählern! Schön, dass ihr hier dabei seid! Sollte mal nicht das Rathaus von innen, sondern das Rathaus von unten auch mal eine schöne Absicht! Die CSU-Stadtfaktion hat sie heute eingeladen und will Ihnen zeigen, wie der Steuergeld zum Fenster herausgeworfen wird! Und da fragen sich doch die Stadträtinnen und Stadträte von der CSU mit freien Wählern Leike, Leiter, wie lange noch so weiter! Zauber Matthias! Zauber Matthias! Ein herzliches Grüß Gott! gilt den amtierenden Stadträden, ehemaligen Stadträden. Wir sagen ein herzliches Grüß Gott an den Landtagsabgeordneten Dr. Alexander Dietrich. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Werft das Geld nur so zum Fenster raus, genau, ihr Grünen und Roten. Das haben wir wieder gern. Und weiter geht's auf dem Marienplatz. Ihr dürft die nächste Gruppe hier bei uns begrüßen im Herzen der Stadt. Es ist das Olchinger Männerballett. Schön, dass ihr da seid. Das Olchinger Männerballett dieses Jahr mit einer grandiosen Show. Ich durfte euch von 10 auf dem Gare treffen. Top Leistung, wie immer, wie wir es von euch vor uns haben. Toll, dass ihr mit dabei seid. Denn ihr tanzt ja schon seit 1996. Und seid damit eines der ältesten Männerballette in ganz Obermeier. Das Alter ist jetzt nicht auf das Lebensalter, sondern auf das Vereinsalter bezogen. Und da freut uns natürlich, dass ihr mit eurem Wechselverfahren zusammen mit uns zwischen 40 bis 60 Aufrunden immer noch geicher. Und hier bei uns auf dem Weg, auf dem großen Marienplatz, mit dabei sein. Ein herzliches Grüß Gott, dem Olchinger Männerballett. Jawohl, viel Spaß. Und wir begrüßen die Diensten hier auf dem Münchner Marienplatz. Ein ganz herzliches Grüß Gott, den Faschingsklub München-Neuhausen. Der Faschingsklub München-Neuhausen ist dieses Jahr 2024 unter dem Wortdruck Lust aufs Meer. Das ist natürlich verführerisch. Und ich kann euch jetzt schon sagen, Sie haben auch dieses Jahr wieder eine tolle Show mit vorbereitet. Eine tolle Garteschau, ein tolles Berichtspaar. Das ist Faschingsklub München und das ist der Faschingsklub Neuhausen. Und sie verzauern ja jedes Jahr aufs neue Faschingspublikum. Auch rund um den Rotkreuzplatz, mit der großen Jugendshow und mit der großen Garde. Und natürlich den berühmten Neuhauser Männerballett. Das ist der Wahnsinn. Und die Augen der Bahn des Autos, wollen wir mehr internationale Zusammenarbeit. Geht was? Schön, dass ihr mit dabei seid und hier auch noch die Zeit geburten habt, auf dem Marienplatz mit großen Umzug der Name Schorlitter mitzumachen. Alles Gute für den Faschingsklub. Und wir dürfen die Jungs hier auf dem Marienplatz begrüßen. Wir sehen sie schon, die sind schnell unterwegs. Die sind nämlich auf Rollen unterwegs. Ein herzliches Grüß Gott, Skate Munich EV. Schön, dass ihr da seid. Jeder Münchner Kass, das sind die Inlineskater für München und die Veranstalter der Münchner Blacklight. Da kann jeder mitrollen, der sich traut. Egal ob jung oder alt, bei den Skate Munich EV. Jeder herzlich willkommen. Von Mai bis September immer mit dabei. Und sie haben natürlich auch noch, man sieht es doch heute schon, das Dino Rumba, die Bläden Blader, eine Multisportgruppe, die immer auf Reisen ist und München sportlich begeistert. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. So, liebes K-Cuning-EV, wir sagen Dankeschön, dass ihr dabei seid und danke für die Blade Night. Wir sehen uns im Mai gefußt, im Mai auf dem Blade Night. Zauber, merci. So viele Skater, so viele verrückte Faschingsnerinnen und Faschingsnaren, das München Zoll. So, da geht's weiter, hier mit den großen Teilnehmern. Wir begrüßen als jetzlich auf dem Münchner Marienplatz die himmlischen Teufel. Die Helferrad und die Prinzengarde aus dem Turmverein Nebbingen 1859-EV. Wie schön, dass ihr da seid. Und hier haben wir natürlich unser Prinzengarde, unser Vollkühler-Prinz, Christiane Erfnitz. Perfekte Garde-Formation, Mädels. Das schaut super aus, alle im Gleichschritt. Das ist das Besondere und das ist Kirchner Tanzsport. Brechermagel, Alex. So, lieber Memminger, und hoch das Bein. Ja, wir grüßen euch hier in Memmingen mit unserem Schlachthof. Mau, mau, mau! Schötschegau! Mau, mau, mau! Schötschegau! Mau, mau, mau! Schötschegau! Danke. Bitte. Ja, hört man sich auf dem Marienplatz, die Memminger. Herzlich willkommen, dass ihr mit dabei seid. Ihr seid eine Riesengruppe. Die himmlischen Teufel mit Elferrad und Prinzengarde. Als Eigenabteilung im Turmverein Memmingen von 1859-EV. Wir haben jetzt insgesamt fünf Garten mit dabei. Eine Milli-Garde, Kinder-Garde, Teenie-Garde, Junioren-Garde und die Prinzengarde. Und wir begrüßen natürlich das diesjährige Prinzengarde ganz herzlich. Prinzengarde zum Gdie Erste und Prinz Jan der Erste mit der Gefolgschaft, Präsidium und Elferrad. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir bedanken euch heute natürlich mit unserem Schlachthof bei euch. Mau, mau, mau! Schötschegau! Mau, mau, mau! Mau, mau, mau! Danke. Auf die himmlischen Teufel. Lasst es euch doch kurz gehen und freier zeichnen für den München. Proton. Proton. Und es geht weiter auf den Marienplatz. Hier kommen sie schon in den historischen Kostümen der Münchner Stadtgale. Eine der ältesten Faschis-Gesellschaften hier aus dem Münchner Raum. Die Gräfel sich 1949 gegründet worden sind. Ein herzliches Grüß Gott an die Faschis-Gesellschaft Byrnesia. Hier sehen wir ganz vorne unser Stadtsfond-Gamerik von der Münchner Stadtgale ins Original-Univor-Westfurt. Und es sind 100. Erreichte. Jungs, ihr habt sich gut halten. Okay, Freunde. Ich merke, ihr seid richtig in Feierlaune. Folgt ihr schon nach Hause. Folgt ihr in einer Stunde nach Hause. Ich bin nach Hause. Und ein herzliches Grüß Gott an die Faschis-Gesellschaften. So viele Tanzmäuse. Ganz toll. Da ist der Nachwuchs gesichert. Ein herzliches Grüß Gott an unser Prinzenpaar und die Vertreter der Gremien. Und es geht weiter. Wir bleiben noch ein bisschen im Wünschner-Urland und sagen ein herzliches Grüß Gott an das Faschis-Komitee Euching. Schön, dass ihr da seid. Das Faschis-Komitee Euching. Jedes Jahr ein Teilnehmer hier auch bei Wunschung der Damen für Wetter. Und wie immer sind sie gut verkleidet und sie laden uns auch wieder ein. Aber wir sind auch mit der Aufstiegs-Komitee Euching. Und wie immer sind sie gut, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Was ist das, was wir machen? Schön, dass ihr da seid. Was ist das, was wir machen? Wir machen Sitzung. Vielen Dank, dass ihr da seid. Was ist das, was wir machen? Und es geht weiter, wir grüße ganz herzlich hier auf dem Marieplatz aus der großen Kreisstadt Jämmering, die Schotthausgruppe Van Allemmesee, schön dass ihr da seid. Und sie haben natürlich neben ihr Gremium mitgebracht das große Prinzenpaar, ein herzliches Grüß Gott, an Sarah die Erste und an Philipp die Zweite, schön dass ihr da seid. Das ist Van Allemmesee, die Schotthausgruppe aus Jämmering und Tomo. Jawoll! Das ist ein echter Tanzsport, viel Erfolg noch für die Fassingssaison. Und es geht weiter, wir sind in Marienplatz, geführt von der Vereinsstandarte. Begrüßen wir ganz herzlich, wir sind in Marienplatz. Herzlich Willkommen an dem Fassings Club Live! Wir sind in Marienplatz, eine ganz tolle Gruppe mit verschiedenen Abteilungen, mit großem Tanzsport. Sie haben auch dieses Jahr wieder eine ganz tolle Gadeschau, die ich schon sehen durfte. Und wir freuen uns natürlich, dass wir heute Zeit haben mitzumachen beim großen Fassings Club durch die Münchner Innenstadt. Wir begrüßen an dieser Stelle natürlich auch das dritte Paar des Fassings Club Live. Ein herzliches Grüß Gott an Susi die Erste und an Olli den Ersten. Schön, dass ihr da seid. Der Verein wird natürlich zusammengeheizt von den verschiedenen Gremien vom Presidium. Und wir begrüßen an dieser Stelle ganz herzlich die Präsidentin Christine Rügerl. Das ist Spaß, da kommt Stimmung auf, das ist der Fassings Club Live! Wir begrüßen ganz herzlich aus Unterhandel in der Fassings Club Live! Gleisenia! Und dieses Jahr hat die Gleisenia sich natürlich auch wieder was überlegt. Dieses Jahr steht unter dem Motto Gleisenia rockt! Und an der Stelle begrüßen wir ganz herzlich das Prinzpaar der Gleisenia. Herzlich willkommen Lisa die Erste und Alexander der Erste! Schön, dass ihr da seid! Das ist die Gleisenia! Herzlichen Dank! Und toll, dass ihr mitmacht! Genauso wie unsere nächste Gruppe beim 17. Fassings-Umzug der Schabescher Ritter. Wir sagen ein herzliches Grüß Gott an den Olympia Faschings Club OFC Karlsfeld! OFC OLE! Und dieses Jahr steht unter dem Motto Time Machine einmal durch die Zeit. Da lassen sich die Karlsfelder natürlich wieder viel einfallen. Wir freuen uns, dass ihr hier seid mit den ganzen Gremien. Ihr seid ein toller Verein, eine tolle Show. Wir grüßen euer Prinzenpaar und das Jugend-Prinzenpaar. Schön, dass ihr mitmacht und weiter einen schönen Faschings! So, es geht weiter! Die Prinzpaar baut sich hier auf auf dem Marienplatz. Wir begrüßen als nächstes, als sehr großes Fahrzeug. Ich würde sagen, heute mit eines der höchsten Fahrzeugen. Ein herzliches Grüß Gott an die Faschings-Gesellschaft der Ringer! Schön, dass diese Ringer hier sind. Und sie sind heute gemeinsam im Verbund mit der SPD-Wollstattners-Fraktion. Der Ringer ist ja ein Münchner Faschings-Verein, die es seit 1978 gibt. Und das Foto der Ringer ist für, mit, jung und alt. Und sie haben sich dem Faschings-Veraufdruck verschrieben. Schön, dass ihr da seid. Wir begrüßen hier auf dem Münchner Marienplatz natürlich auch ganz herzlich. Das dritte Paar der Faschings-Gesellschaft der Ringer! Ein herzliches Grüß Gott an Christina die Erste und an Christian den Drittel! Das dritte Paar der Faschings-Gesellschaft der Ringer! Und hier haben wir noch den Freizeit. Ich nehme auf den Doppelstädten. Ein herzliches Grüß Gott an die Wollstatt-Fraktion, die heute das Thema ausbreitet. Heißt ja jeder und dein Fuskel. Aber wenn du mit Doppelstädten von unserer Ruhe, dann ist das hier reingekommen. Und hier ist der Ringer! 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 Und hier ist der Ringer açt! Ein herzliches Schuss an unsere tolle Fusikgruppe. Nödet ihr mit dabei sein! Rommadammer, da kommt Stimmung auf! Und die nächsten Gruppen laufen schon hier auf dem Maribla sein. Liebe Bürgermeisterin Farina Dietlün, das ist doch eine tolle Aussicht hier oben, oder? Die ganz guten Gesellschaft, was sagst du dazu? Es ist wirklich der Wahnsinn, hier oben zu stehen, liebe Münchner. Wir können ordentlich Fasching feiern. Das hat der Umzug heute wieder gezeigt. Jetzt kommen die Gruppen nach und nach. Schön, dass alle dabei sind. München kann Fasching und zwar ordentlich. Jawoll! Und hier sind schon unsere nächsten Teilnehmer. Ein herzliches Resort auf dem München-Werner Maribla. An den Unterstreitheim-Slohofer-Faschings-Club bei SchlaueV. Hier wird Fasching seit 1987 gemacht. Wir begrüßen ganz herzlich Tennis, die Erste. Und los für den Ersten! Das wir uns im Nuss haben, wie das Kinderbremsen macht. Schön, dass ihr mit dabei seid! Brode Fasching seit lessen. Und hier gibt es noch drei, Von dem Empaerrello. City Daddy, Daddy, Mother! Day 7! Aуш Palus! Oh! Hau mal Platz, hau mal Platz! Hau mal Platz! Hau mal Platz! Wir vergleichen nicht, was du auch mal los hast. So fängt wir das. Und es geht weiter auf dem Marienplan. Wir begrüßen an dieser Stelle ganz gern sechs. Eine junge Gruppe, eine junge Vereinigung aus der Bezirksstelle München. Der Markaufleute und der Schaussteller. Begrüßen wir das offizielle Prinzenpaar, der Markaufleute und der Volksfeste. Herzlich willkommen, Melanie die Erste und Christopher der Erste! Schön, dass ihr da seid! Mitglieder George-Maßnahmen Nejperять Und in einer speziellen Aufальgabe seit 70. fröhlich Und nur ein Ausnahmsum glatt Summer runde wer dann drüber verbringt und leer in und� region gelang ist die Teraz Hebrews erraten dass ihr hier mit dabei seid. Schön, dass hier mit uns falle! Der Wind von Hum свое Was wäre München ohne seine Zauberstelle, ohne die Markkaufsleute? Was wäre es heute, ohne Konzentration, ohne Wandel? Das hat sich noch keiner von uns. Aber heute ist natürlich noch mehr, dass ihr hiermit dabei seid und dass ihr mit uns teuerst. Vielen Dank an die Präsidenten Günther Breivchen. Vielen Dank an die Präsidenten Günther Breivchen. Vielen Dank an die Präsidenten Günther Breivchen. K-L-E-T-A. Y-M-C-A Die Komponade löst keine Probleme, aber das tue ich auch nicht. So Freunde, jetzt erzähle ich euch eine Geschichte von der Hintermoser Kanti aus dem schönen Österreich. Die Hintermoser Kanti, die schönste auf der Welt. Viel Spaß noch! Und weiter geht's hier auf dem Marienplatz. Wir begrüßen die nächste Gruppe. Es wird wieder Punkt auf dem Marienplatz, meine Damen und Herren. Wir sagen ein herzliches Grüß Gott! Servus und herzlich willkommen an die Westfeldmeiber aus Mering. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr seid ein krass, ein lustiger Mädelshaufen. Und ihr entwerft und bastelt und schneidet eure Kostüme ja selber. Tolle Leistung, denn da sieht man keinen Unterschied. Das ist wirklich der Faschenk, wenn man auch noch so viel Herzblut mit reinsteckt. Schön, dass ihr heute alle als Donald Duck kommt und dass ihr heute hier den Donald mit einer München gebracht habt. Hundert Jahre Roy Disney, Donald Duck, das sind unsere Besten bei Maas Mering. So, jetzt wird's laut. Die Summer-Gruppe, Zone Luna kommt. Wir lassen sie hier in dem Marienplatz spielen. Schön, dass ihr da seid, Zone Luna. Die Summer-Gruppe, Zone Luna kommt. Gibt's noch ein Schmiedshaus, высchenstetze Mal. Und die Schmiedshaus, D.C. oder in die Yahweh-Kamera im D.C. So, wir begrüßen die Samba-Gruppen. So, wir freuen uns nun auch ein kareftiges Samba hier auf dem Marienplatz. So, wir freuen uns. 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 Und es geht weiter hier auf dem Marienplatz, wir begrüßen ganz herzlich die Forschungsfreunde Nego EV, ein Verein mit über 200 Mitgliedern, die auch außerhalb des Marstens ganz aktiv sind und das diesjährige Motto lautet Wikingerdorf, schön, dass ihr da seid! Und es geht weiter hier auf dem Marienplatz, wir begrüßen, wir begrüßen, wir begrüßen, wir begrüßen, wir begrüßen, wir begrüßen! Wikingerdorf! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 WDR Wir begrüßen Sie, wenn wir hier ganz herzlich in den Jungen tauschen Meerweg! Ich bin ja klar, holt mich hier raus, das schreien die Schettljungs aus Meerweg. Herzlich willkommen, dass Sie den Zuckel sind zu uns auf die Münchner. Sorry München, unser DJ hat den Lautstärkeregler nicht gefunden. Wir versuchen es nochmals, unser DJ weiß nicht wo ist. Wir gehen nochmals alle nach unten in München. München geht noch mal nach unten in München. Und wir haben alle auch nach unten. Alle Leute nach unten auf der Straße. Alle nach unten, Leute! Alle nach unten, alle nach unten, Leute! Alle nach oben, Leute. Alle nach unten, Leute, müssen auch mal alle nach unten! Auf der Straße nach unten, crichtylen und locker. Wo sind die Mehrlinger? Wo sind die Mehrlinger? Wo sind die Mehrlinger? Wo sind die Mehrlinger? Und es geht weiter hier auf dem Mehrlinger. Wir begrüßen ganz herzlich die Faxingsfreunde aus Röntel. Schön, dass ihr da seid. Mit Achtur und die Redner der Faxingsfreunde aus Röntel. Die Faxingfreunde aus Röntel Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben Bock zu feiern, wir reden richtig laut Laute geile Leute, wir sind alle mega drauf Könnte richtig springen und leiden jetzt den Chor Wir springen jetzt von Licht und Licht und bis nach vorne Wir springen jetzt von Licht und Licht und bis nach vorne Wir springen jetzt von Licht und Licht und bis nach vorne Um links, 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 um wieder rechts, rechts, rechts und links, links, links und links, links, rechts, rechts und links, 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 links und links, 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 links und links, 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 links und 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 links, 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 links Lalalalalale Lalalalalala Lalalalalala Heute so ein scare de apost Lalalalalala Heute so ein scare de tot Lalalalalala Und flieg 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 Wir fliegen zu starb 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 Wie die Tiger uns kommt aus Und ich spring, 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 spring Immer wieder und ich schwimm, 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 schwimm Zu dir rüber und ich lenden, lenden, lenden Bin ich bei der Acht, bei der Anfahrt Und ich sag, heute ist so ein schönes Tag Lalalala, 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 heute ist so ein schönes Tag